Die Rechts- und die Linksdrehung im DiscoFox unterscheiden sich stärker als die meisten vermuten. Das liegt daran, dass wir einerseits immer mit dem gleichen Fuß anfangen, andererseits aber immer um unser Standbein herumdrehen. Das bedeutet, wenn ich auf meinem rechten Fuß stehe, muss meine linke Hüfte um mein Standbein herumdrehen. Ich mache das mal vor. Wenn ich auf dem rechten Fuß stehe, dreht sich meine linke Hüfte um mein Standbein herumdrehen. Für die Dame sieht das bei der Rechtsdrehung dann so aus. Sie macht einen Schritt nach vorne und dreht dann ihre linke Hüfte um ihr Standbein herumdrehen. Da wir die Linksdrehung auf dem anderen Fuß drehen müssen, beginnen sie etwas früher. Sie dreht quasi vor der 1. Sie macht quasi viertel Drehung, fertig, tap, viertel, fertig, drehen, tap, viertel, fertig, drehen, tap. Für die Herren ist das grundsätzlich gleich, allerdings beginnt er ja mit dem linken Fuß, deshalb ist für ihn nicht die Rechtsdrehung, sondern die Linkdrehung die, die mit einem Vorwärtsschritt beginnt. Die Herren Linkdrehung beginnt mit vorwärts, drehen, tap, vorwärts, drehen, tap und die Herren Rechtsdrehung findet analog zur Damen Drehung statt mit viertel, fertig, tap, viertel, fertig, tap, viertel, fertig, tap, viertel, fertig, tap. Es ist mir auch wichtig, dass ihr den zweiten Schritt bei der Drehung möglichst klein macht. Dabei geht es darum, dass die Abstände im Paar nicht zu groß werden und die Arme von der Länge sehr gut reichen und kein Zerren entsteht. Das sieht dann für die Dame so aus, sie tanzt einen bequemen Schritt nach vorne mit rechts, macht ihre halbe Drehung und platziert ihren linken Fuß in der Nähe ihres Standbeins. tap, vor, zwei, tap, vor, zwei, tap. Bei der Linkdrehung sieht es dann so aus, sie tanzt eine Viertelklärung, sie platziert ihren Fuß in der Nähe des Standbeins, tap, viertel, zwei, tap, viertel, zwei, tap. Das ist für die, die im Viererschritt tanzen, im Grunde genau gleich. Ich mache das nochmal vor für die Dame. Die Dame tanzt dann eins, zwei und drei, eins, zwei und drei. Oder als Linksdrehung eins, zwei und drei, eins, zwei und drei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr euch weitere Videos wünscht, könnt ihr in den Kommentaren unter Hashtag DiscoFox eure Wünsche und natürlich auch eure Fragen hineinschreiben. Ich werde sie gerne beantworten. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Tanzen.